Hey und herzlich willkommen zu Part 4 von Let's Play Die Sims 3 Supernatural. Wir sind hier zurück bei der Familie Swan Slash. Hale in Moonlight Falls und Siri fühlt sich angesprochen. Meine Siri geht einfach an. Was willst du? Guck mal, sie redet mit mir. Was willst du, Siri? Es geht hier um dich, nicht um mich. Ja, ja, du hast, du hast mich doch zuerst angesprochen. Tatsächlich? Ja, halt die Schnauze. Okay, Entschuldigung für diesen komischen Start. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war. Siri hat mich aus dem Konzept gebracht. Aber Bella hat ihren ersten Arbeitstag. Das ist auf jeden Fall das, was wichtig ist. Und sie hat tierischen Hunger. Warum hat sie jetzt keinen Hunger mehr? Hat sie Obst oder Gemüse aus ihrem Inventar gegessen? Ich wollte doch, dass du Waffeln isst. Wir haben doch noch Waffeln. Nein, sind die alle? Wo sind die Waffeln? Emma hat doch gestern Waffeln gemacht. Hat die jetzt jemand weggeschmissen? Naja, okay. Egal. Oder sie wurden aufgegessen. Ich weiß nicht, ob Derek einfach so viel gegessen hat, dass sie alles sind. Keine Ahnung. Warum willst du denn duschen? Geh dir... Du bist doch eigentlich ziemlich sauber. Naja, egal. Okay. Bella tritt auf jeden Fall heute ihren ersten Arbeitstag an. Und ich bin wirklich gespannt, wie es ihr gefallen wird. Was sie dann so empfinden wird, wenn sie wieder von der Arbeit nach Hause kommt. Wir brauchen jetzt erstmal für Emma einen Snack. Dann machst du jetzt einfach nochmal Waffeln. Ich meine, wir brauchen ja hier Essen für die ganze Woche. Unsere Fahrgemeinschaft ist schon am Stissel. Dusche mal ein bisschen schneller. Wir sind auf jeden Fall super gut gelaunt hier. Emma kann... Äh, Bella kann super gut in den Tag starten. Komm, beeil dich. Sonst kommst du am ersten Tag zu spät und das wäre wirklich sehr traurig. Sie möchte ein Elixier bekommen. Ja, das kannst du dir wünschen, aber du hast gerade keinen Platz. Deswegen geht das nicht. Das Arboretum besuchen. Uh! Übernatürliche Pflanzen- und Gartenwettbewerbe fehlen Spiele. Dein Sim möchte diesen magischen Garten der Freuden kennenlernen. Lass ihn das Arboretum besuchen. Das hört sich mega cool an. Da werden wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Aber wir haben ja noch ein paar andere Wünsche, die wir natürlich dann erstmal, ähm, ja, verfolgen wollen. Mir ist mal aufgefallen, dass wir für Salem gar kein Katzenklo haben. Aber dann habe ich auch gesehen, dass wir keinen Platz dafür haben. Aber er kann ja auch draußen einfach pieseln. Ich meine, mein Kater bei meinen Eltern hat auch kein Katzenklo, weil er immer nach draußen geht. Obwohl jetzt ist er so alt, dass er wieder ein Katzenklo hat, weil er faul ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Er hatte sein ganzes Leben, seine ganzen 15 Jahre kein Katzenklo. Mein Rücken tut weh. Wir haben immer noch den gleichen Tag wie im letzten Part. Weil ich ja gerade ganz viel aufnehmen will, damit ganz viel kommt, wenn ich dann im Kindergarten arbeiten bin und keine Kraft habe, noch etwas aufzunehmen. Ähm, bei der Svonne, blablabla, Emma möchte, ach, sie hat ihren ersten Fähigkeitspunkt bekommen. Sehr schön. Ich wollte auch mal kurz sagen, dass es mir in meinem Praktikum richtig gut gefällt. Die Kinder sind alle mega toll und es macht echt Spaß. Ich bin das erste Mal in einer offenen Einrichtung. Das habe ich bisher noch gar nicht gehabt. Und ich finde es echt richtig cool. Also, mir gefällt es super. Okay. Das jetzt dazu. Guck mal, Derek steht auf und das Essen ist prompt fertig. Wie schön. Du hast es echt gut. Was möchtest du? Er wollte seine Frau, glaube ich, mal anflirten. Wir müssen aber jetzt auch mal hier ein bisschen in Kontakt treten, ne? Die zwei hier. Ich meine, die sind immerhin ein Paar. Sind sie doch, oder? Ja. Die sind ein Freund. Vielleicht wird Bella in diesem Part ja endlich mal Edward kennenlernen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wäre ja auch ganz cool gewesen, wenn ich die ganze Familie Kallen erstellt hätte, ne? Vielleicht mache ich das noch. Vielleicht erstelle ich die anderen auch noch. Ich habe ja gesagt, dass ich Alice erstellt habe. Nicht ganz so, wie sie im Film ist, aber ich habe sie erstellt. Und ja. Mal gucken. Vielleicht werde ich dann auch die anderen erstellen. Okay. Bellas Chef ist ein Wolf. Das habe ich, glaube ich, schon im letzten Part gelernt. Was bedeutet nochmal gelb? Ah, Hexe. Okay. Der Jules Macduff ist also ein Hexer. Beziehungsweise ein Zauberer. Das ist gut zu wissen. Wenn Emma dann gleich damit Essen fertig ist, dann kann sie sich hier mit den Bienen mal beschäftigen. Oh, shit. Die Hot Dogs in ihrem Inventar sind verdorben. Wollen wir hier mal ein paar Blumentöpfe platzieren, wo wir dann Pflanzen pflanzen können? Warte mal, wie ging das denn noch? Hier sind die Blumentöpfe, aber ich glaube, es gibt noch günstigere, ne? Hier, die kosten nur 30. Nehmen wir doch mal... Ja, nehmen wir mal die grauen. Stellen wir hier ein paar hin. Stellen wir ein paar... Mann, oh! Ein paar nebeneinander. So, das sollte erstmal reichen. Dann können wir da ein paar Pflanzen pflanzen. Ähm. Ah, Paprika können wir noch nicht pflanzen. Wie schade. Rote Giftpilze können wir aber schon pflanzen. Dann pflanzen wir doch davon schon mal einen. Und dann pflanzen wir eine Alraunenwurzel und eine Baldrianwurzel. Können wir auch schon mal pflanzen. Ähm. Zwei klassische Zauberstäbe hat sie auch. Und einen Apfelbaum können wir einfach hier irgendwo pflanzen. Nicht auf unserem Grundstück... Äh, nicht außerhalb unseres Grundstückes. Dann pflanzen wir den doch da hinten mal. So. Sehr schön. Derek, was machst du gerade? Ach ja, du musst das Buch lesen. Das ist ein guter Plan. Wann musst du denn arbeiten? In sechs Stunden. Morgen hat er schon wieder frei. Mensch, er hat ein Leben. Ach ja, ihm wollte ich noch eine Gitarre kaufen. Das müssen wir auch noch schnell erledigen. Damit er dann auch in seinem Beruf ein bisschen Fortschritte machen kann. Ähm. Was kriegt der denn für eine Gitarre? Diese Kuhli hier, ne? Die hatten wir in irgendeinem anderen Let's Play auch noch. Aber wir nehmen die jetzt einfach mal. Tausend Simoleons. Das ist ziemlich viel Geld. Aber ich meine, das ist eine Investition fürs Leben. Hoffentlich. Okay. Die Sachen hat sie schon gepflanzt. Können wir darauf irgendwie ein Zauber wirken oder sowas? Oh nein, leider nicht. Wie schade. Naja, egal. Okay, wenn du das gemacht hast, dann werden wir hier mal... Uh, die Bienen füttern. Darauf bin ich sehr gespannt. Oh. 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 Was ist los? Na mach schon. Wie cool. Sie hat sogar so einen Imkerhut auf. Wow. Das ist wirklich super cool. Und kriegen wir dann jetzt auch Honig? Ich hoffe, das ist wirklich... Das ist ja wirklich sehr schön. Äh. Oder was muss ich dafür machen? Den Kasten säubern. Ja, dann säubern den Kasten mal. Ich hoffe, den Bienen geht's gut. Gut. Ach dann und dann können wir Honig erden. Es wurde noch kein Honig produziert. Den Kasten ausräuchern. Heißt das, wir töten die Bienen? Rettet die Bienen, Leute. Rettet die Bienen. Wenn ihr eine Biene seht, schlagt nicht nach ihr. Weil die tut euch nichts. Nur die Westen. Die sind böse. Aber ohne die Bienen können wir Menschen nicht leben. Also rettet die Bienen. Bildungsauftrag erfolgreich erfüllt. Okay. Jetzt darfst du hier an deiner Alchemie... Oh, wir können schon Elixiere mischen. Dann darfst du jetzt hier an deiner Alchemie-Station ein bisschen werkeln. Oh, Derek beschäftigt sich ein bisschen mit Caleb. Mit Caleb, sag ich mal. Mit Salem. Hat er das Buch jetzt zu Ende gelesen? Du sollst das lesen. Kannst dich jetzt leider nicht mit Salem beschäftigen. Weil du hast nämlich gleich schon... Oh. Oh. Ah. Okay, was sind die Zutaten dafür? Beliebige Lebensmittelzutaten. Okay, und was macht die? Sims, die davon trinken werden, sobald nicht mehr gelangweilt oder einsam sein. Wow, das ist super cool. Okay. Probieren wir es. Was nimmt sie jetzt dafür? Nimmt sie jetzt was aus ihrem Inventar? Uh. Halleluja. Oh. Entschuldigung, ich bin schrecklich. Ich weiß. Aber das ist alles so spannend und aufregend. Ich liebe es, dass ich ihr die schwarzen Nägel gegeben habe. Das passt so gut zu ihr. Wir machen ihr bald so einen Keller mit so einer geheimen Türe, wo sie dann so ihre geheimen Machenschaften machen kann, wo sie keiner beobachtet, wo sie nicht auf ihrem Balkon stehen muss und das machen muss. Okay. Ich hoffe, Bella fühlt sich wohl in ihrem Job. Aber, oh, wie es aussieht, läuft es bei ihr richtig? Sie hat anscheinend doch nicht richtig gegessen heute Morgen. Aber, naja, und müde ist sie auch. Ja, egal. So, du bist noch am Lesen. Wann musst du jetzt nochmal zur Arbeit? In vier Stunden. Okay, die Zeit kriegen wir auf jeden Fall gut überbrückt mit unserem Buch. Aber die Waffeln muss gleich noch jemand... Wo sind die Waffeln schon wieder hin? Ah, okay, die hat jemand wegräubt. Sehr gut. Ich dachte, die wären schon wieder irgendwie weg. Das wäre wirklich richtig blöd gewesen. Wenn er das Musikbuch dann zu Ende gelesen hat, dann kann er dann gleich auch endlich mal mit der Gitarre etwas, oh, üben. Das sah nicht gut aus. Emma Swan hatte keinen Erfolg bei der Herstellung von folgendem. Vier hole voll Freude. Okay, ist sie jetzt schlecht? Oh nein, ihr ist schlecht. Muss sie sich jetzt übergeben? Nein. In zwei Stunden muss sie sich wahrscheinlich übergeben. Ähm, wir gucken jetzt mal, was muss sie überhaupt machen? Verdienste. Von allem, dass er groß vielfältig an der Schöne, doch stellt er die magische, so wendet er, ne, bezeichnet ihre Elixier-Shop, oder was? Können wir die dann in diesem Elixier-Shop verkaufen, oder wie? Ich verstehe das nicht richtig. Abgänger der Liebe- und Friedenschule. Ja, das hört sich auf jeden Fall noch einmal an. Hast du jetzt... Du solltest doch hier weitermachen. Ach ja, sie hat ja den Zauber verkackt. Das habe ich schon wieder vergessen. Oh nein, der Topf von Salem ist leer. Hat er Hunger? Nein, guck mal, er ist wunschlos glücklich. Er möchte trotzdem um Essen betteln und ist ein wenig einsam. Wenn, äh, Derek jetzt da sein Buch beendet hat, dann kann er ihn auch mal eben ein bisschen liebkosend loben, für nicht zerstörerisch sein. Oh, in einer Stunde kommt auch schon die Fahrgemeinschaft für Caleb. Ach, für Derek. Warum sag ich Caleb? Dann redest du mal mit ihm und dann kannst du mal die Hand beschnippeln lassen. So, Glückwunsch. Emma hat die, für die Fähigkeit Alchemie soeben Level 2 erreicht. Emma wird schneller beim Mischen von alchemischen Gebräunen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die erreichen hier die Fähigkeiten wie sonst was. Emma hat das Rezept für das Heil-Ex-Elixier gelernt. Das ist cool. Das hört sich richtig gut an. Äh, können wir auch irgendwo sehen, welche Elixiere wir schon gelernt haben? Oh ja. Äh, was macht das? Magisches Leid verschwindet, ohne sich auf übernatürliche Kräfte auszuwirken. Aha. Interessant. In 30 Minuten wird sie sich übergeben. Das ist auch äußerst interessant. So, Derek ist jetzt noch hier ein bisschen am Spielen, aber muss jetzt gleich zur Arbeit. Deswegen geht er jetzt noch schnell auf die Toilette, damit er sich nicht auf der Arbeit einpiegelt. Und deshalb wird Emma dann gleich nicht sich übergeben können. Sie ist schon wieder mit Magie am Spielen. Was könnten wir denn nochmal machen hier? Magie spielen, Verzauberung wirken, Glückszauber. Ja, den Eis-Explosionszauber oder wie der... Nee, Feuerexplosionszauber, den machen wir erstmal nicht mehr. Es sei denn, wir hassen jemanden und möchten das Haus in Brand setzen. Das wäre doch mal richtig lustig, oder? Wenn sie sich mit irgendjemandem richtig streiten würde und das Haus von denen in Brand setzen würde und es nicht löschen würde. Das machen wir irgendwann. Ich weiß, das ist richtig böse, aber... Wow, sexy Outfit. Sexy Outfit, Herr Hale. Ähm, ja, okay. Oh, guck mal, da kann sie sich jetzt doch übergeben gehen. Sehr gut. Sie möchte Level 4 der Alchemiefähigkeit erreichen. Verwandlungszauber auf pflanzbare Zutat wirken. Versuchen wir das mal. Hä? Hä? Ah, okay, da liegt die Allraune. Richtig. Uh! Au! Oh, wie cool! Oh mein Gott! Oh! Wie cool ist das denn? Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Ich komm nicht klar! Das ist ja wohl mega cool! Sie hat aus einer Allraune... War das eine Allraune? Ich weiß es nicht. Und dann Baldrian oder so hat sie einen Oshiba-Koi gemacht und der heißt Sonja, in Gefangenschaft geboren. Oh mein Gott! Wie cool! Okay, fütter Sonja mal. Das ist so unfassbar cool. Das ist wirklich mega cool. Okay, und wenn wir den Zauber wirken, können wir den dann anscheinend auch wieder umwandeln. Können wir das bei anderen Sachen auch machen? Weiß ich jetzt nicht. Äh, Bella... Au! Bella ist schon wieder von der Arbeit zu Hause. Und sie möchte direkt ein Mittag mit Nickerchen machen gehen. Das kannst du machen. Oh mein Gott! Das ist so cool! Aber der Fisch passt da nicht so gut hin. Warte mal, können wir uns so einen kleinen Beistelltisch oder so holen? Weil das ist ein bisschen zu viel auf dem Esstisch, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht sowas hier. Haben wir nicht schon einen Beistelltisch hier stehen? Nein, habe ich... Äh... Ja, ich... Warte mal. Move Objects on. So, stellen wir das ein Stückchen hier rüber. Nicht ganz so nah. So. Und dann nehmen wir die Farbe vom Tisch. Und kopieren das auf diesen Tisch. Nimmst du es bitte an? Nehmen Sie die Farbe bitte an. Herr Tisch. Herr Beistelltisch. Und dann werden wir dort die... Super. Und dann werden wir dort die Sonja platzieren. So, guck mal, Sonja. Jetzt hast du deinen eigenen Tisch. Wie schön. Wie schön. Das ist wirklich super. Äh... Du gehst jetzt duschen. Okay. Und danach, wenn du geduscht hast, kannst du hier die Teller wegräumen. Oh, die Zeitungen können wir wegräumen. Aus dir ist ein Fan per... Aus dir ist ein Fan per excellence geworden. Ähm... Entschuldigung, ich kann kein Französisch. Ist das Französisch? Ich weiß es nicht. Kein Vergleich zu den langweiligen Rest der Masse. Es ist schön, dass dir die Pflichtlektüre so viel gebracht hat. Vor allem die gestiegene Jobleistung und das gute Verhältnis zu deinem Chef. Schauen wir uns doch mal an, wie weit wir da jetzt fortgeschritten sind. Guck mal. Aber vielleicht werden wir... Hm... Vielleicht heute nicht mehr. Obwohl, wenn wir jetzt hart arbeiten... Ich meine, guck mal. Er ist gerade sehr fröhlich. Er hat sehr viel Spaß. Können wir jetzt hart arbeiten. Und vielleicht wird er dann sogar heute noch befördert. Das wäre super, super cool. So, du bist jetzt hier fertig mit Duschen gleich. Dann kannst du die Teller wegräumen und die Zeitungen. Und dann... Was wollte ich denn nochmal machen? Dann können wir... Wollen wir nochmal zu dem... Oh, hier ist der Tieradoptionsdienst. Oh. Der Nachbarschaftsadoptionsdienst. Entschuldigung. Ähm. Eigentlich würde ich gerne nochmal hier in den... Äh... Elixierladen. Wo ist denn dieses... Was da eben stand, was sie besuchen möchte? Dieses Arrobustum oder wie das heißt. Wo ist das denn? Der Giftpilz? Was ist denn der Giftpilz eigentlich? Ah, okay. Ein Club. Oder sowas in der Art. Aber ich weiß nicht, wo... Hier ist der Friedhof. Wo dieses... Wie hieß das denn? Backschenke. Garrys Müllhalde. Stand da Gary? Ich weiß nicht. Hm. Was ist das? Ja. Feenstrahl... Ar... Arboretum. Der nächste Gartenwettbewerb findet morgen um zwölf statt. Okay. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber ich möchte daran teilnehmen. Äh. Wie? Was machst du? Nein. Nein, 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 nein. Äh, 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 äh. Wir machen nicht nochmal die Feuerexplosion. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Mann, ich möchte hier irgendwas drauf wirken können, aber... Oh, guck mal. Wir haben noch einen Eisenhut. Dann pflanzen wir doch hier noch den Eisenhut. Ist Eisenhut nicht giftig? Ich glaube schon. Machen wir den Move-Upjects mal wieder. Off. Oh, wieder ein vergifteter Apfel. Hervorragend, Emma. Hervorragend. So, und dann haben wir nämlich hier auch schon ein paar Pflanzen, die uns dann immer, äh, die nötigen Inhaltsstoffe liefern. Guck mal, die Bienen fliegen schön hier drin rum. Das ist auf jeden Fall das, was sich jeder wünscht. So, und sie wünscht ein Eisexplosionstauber wirken. Dank Zeichentrick-Schurken gibt es sprichwörtlich dutzende kältebezogene Wortspülle, die man rufen kann. Während der Zim die Eisenhut alle mal ganz cool bleiben. Ha, 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 ha. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das hervorrufen kann. Das ist nicht kleine Gitarre. Nein, du wirst nicht jammen. Oder bist du auch... Oh, nein! Salem hat sich übergeben. Ja, lobe ihn mal für, äh, für... Äh, ordentlich sein und für Jägerin sein kannst du ihn auch loben. Weil das wäre nämlich cool, wenn er uns immer so Sachen fangen könnte. Womit wir dann vielleicht irgendwas anfangen können. So, Bella ist von ihrem, äh, Schönheitsschlaf erwacht. Dann kann sie das hier direkt mal sauber machen. Und dann kann sie dann nochmal in die Stadt und schauen, ob sie auf Edward treffen wird. Wo könnten wir denn sonst nochmal hin? Wir könnten in die Bibliothek. Da kann Emma auch mitkommen. Eigentlich sehr gut, weil... Die mag ja auch die Bibliothek. Das ist ja im Bücher geworden. Ja. Okay. Dann jetten wir doch dort jetzt mal hin. Ach ja. Derek ist hier... Uh, was ist das denn hier drüben? Wollte ich noch sagen. Wow! Was ist das? Das ist so unfassbar cool, ne? Ich wünschte, man könnte das betreten. Das sieht so cool aus. Hat das jemand gebaut? Oder ist das so ein fertiges Gebäude? Ich glaube, das ist so ein fertiges Gebäude, oder? Das ist so cool. Das ist so unfassbar cool. Guck mal hier dieses, ähm, Klo oder sowas. Und hier ist so ein bisschen Nebel. Wow! I like it. I like it very much. Okay. Ich werde schon wieder abgelenkt hier. Ich werde immer abgelenkt. Sie ist wieder vom Mondschein aufgetaut. Ähm, aufgetankt. In drei Tagen ist Vollmond. Ich bin wirklich gespannt auf den ersten Vollmond. Emma Swan hat den Geist von Frieda Grusel gesehen. Okay. Uh! Ah! David. Oh, schade, Mann. Ich dachte, es wäre endlich mal... Ne? Oh, ein Vampir ist das, glaube ich. Bist du ein Vampir, Janet? Oh, was machst du denn? Sie hat sie verzaubert. Oh, nein. Nicht streiten, bitte. Hört auf zu streiten. Oh, nein. Rick Derwood. War... Ne, doch nicht. Ich dachte, er wäre auch eine Hexe gewesen. Aber ich glaube, das war jemand anderes. Oh, Mann. Ich möchte jetzt endlich auf Edward treffen. Uh! Da kann man an Alchemieunterricht teilnehmen. Oh, vielleicht werden wir das auch mal in, ähm, Anspruch nehmen. Streich von einer Fe... Ne, sich von einer Vieh einstreich spielen lassen. Oh, Emma, jetzt hör doch... Äh, Bella, hör doch mal auf. Du kannst dich eigentlich überhexen. Wer bist du? Alice Fitzgerald. Hallo, Alice Fitzgerald. Bella, freunde dich mit ihr an. Ich möchte, dass Bella mit allen Frauen in der Gegend, ähm, befreundet ist. Und sie wünscht sich, Geld für die Wohlfahrt zu spenden. Das kannst du machen. Hey, hey, was machst du? Warum, warum, warum schnauen sie mich an? Entschuldigung. Bitte mit Streifen prallen. Ähm, guck mal. Sie hat uns ja jetzt hier geärgert. Dann müssen wir sie ja jetzt auch ein bisschen zurückerdern. Und zwar machen wir jetzt mal den Hitzkopf. Prank. It's a prank, bro. It's a prank. Hoffentlich ist sie keine Hexe. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Hexe. Uh, was bist du denn? Ähm, ich frage einfach mal nicht, was sie ist. Selber schuld. Selber schuld. Da helfen dir deine großen Bubis auch nichts mehr. Bedow. Entschuldigung, aber du hast uns geärgert und mit einer Fee spielt man nicht. ist sie irgendwie sind Fänen so irgendwie unsterblich oder so? Warte mal, wo ist das denn hier? Hm. Naja, okay. Soll mir egal sein. In 290 Tagen wird sie zum Erwachsenen. Sehr gut. Naja, ist das halt so. Oh, ein Dieb. Alice ist auch noch ein... Können wir sie noch mehr ärgern? Können wir sie nicht noch mal... Emma. Können wir sie irgendwie verzaubern? Shit. Entschuldigung. Mann, die hätte ich jetzt... Das ist so eine Person, die kann man... Gut. Also wäre Emma jetzt so sauer auf sie gewesen, dann hätte sie sie jetzt, ähm... Ja, in Flammen gesetzt. Warte, wir gucken mal, wo sie wohnt. Weil Bella hatte ja jetzt ein bisschen Kontakt zu ihr. Das heißt, sie kennt sie jetzt. Alice da. Das heißt, wir müssten jetzt sehen können, wo sie wohnt. Macduff. Okay. Wer wohnt hier? Dano. Wer wohnt da? Rogers. Hier wohnen echt viele Leute in der Stadt. Das ist voll cool. Malerweise sind die Städte ja immer nicht so belebt, ohne das Zutun meinerseits. Möchte gern Zimmer, Kameraden. Uh, da wohnt Alice. Alles klar. Das heißt, ähm... Emma wird dann mal hierher kommen. Komm hier hin. Und dann werden wir hier den Feuerexplosionstauber wirken. Ich meine, wer gemeint zu unserer Schwester ist, der bekommt es mit uns zu tun. Wir können das hier in Flammen setzen, oder? Dieses Häuschen? Ist das eigentlich eine Straftat? Ich weiß es nicht. Hey, wurden wir jetzt nicht befördert? Doch, wir wurden befördert! Yay! Derek hat einen Bonus von 252 Simulants bekommen. Und er ist nun ein Roadie. Beeil dich. Die Jungs warten schon darauf ihre Sandwiches und die Limo. Ne, warten schon auf ihre Sandwiches und die Limo. Und vergiss bloß nicht, ihre Wäsche aus der Reinigung zu holen und ihre Glücksbandanas zu bügeln. Die Band vertraut auf dich. Wenigstens, was diese äußerst wichtigen Aufgaben anbelangt. Also lass sie nicht im Stich. Derek verdient nun 25 Simulants in der Stunde. Super! Das ist mega cool! Ah! Eigentlich haben wir genau den richtigen Job für ihn gewählt, weil er ja von 15 bis 21 Uhr arbeitet. Und er ist ja ein Werwolf. Das heißt, wenn man im Vollmond ist, wird er ja um 24, also um 12, wird er ja dann zum Werwolf. Und dann ist er ja, denke ich mal, die ganze Nacht wach. Und deshalb ist das dann voll gut, wenn er dann morgens ein bisschen ausschlafen kann. So, du gehst jetzt mal hier drüben hin. Genau, und da kannst du dann mal den Zauber wirken und zwar den Feuerexplosionszauber. Und wir werden ihn nicht löschen. Wow! Wir sind solche Rebellen. Das ist so unfassbar cool. Oh nein! Oh nein! Wer ist da nach Hause? Oh! Ist das Alice? Hayley. Aha. Oh mein Gott! Ins Haus eingeladen wird! Sie wollte uns gerade zu Hause einladen und wir setzen hier alles in Brand. Oh mein Gott! Bitte löscht es nicht, bitte nicht! Ich möchte das alles abhacken! Oh mein Gott! Ich kann mal wie sie sich freut! Seht ihr das? Oh mein Gott! Das ist so super! Das ist so unfassbar gut! Bitte nicht löschen! Ich möchte das alles in Brand. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Guck mal wie Emma da vorsteht! So mega gelangweilt so! Boah, stresst doch nicht so! Ist doch gar nicht so schlimm! Ist doch nur Feuer! Oh mein Gott! Kann ich so ein super cooles Foto machen? So durch die Flammen durch? Oh mein Gott! Hat sich jetzt noch ein... Oh mein Gott! Und noch eine Eis-Explosion! Was hast du getan? Mit einem Vampir-Gempen! Okay, okay, mach doch mal! Oh mein Gott, was tust du? Emma, komm mal bitte aus dem Feuer raus! Emma, komm aus dem Feuer raus! Okay. Anführerfolgen? Nee, bleib ruhig hier! Ja, okay, flieg halt! Und die stehen einfach nur daneben und lassen alles abfackeln! Oh mein Gott, das ist so super! Das ist wirklich so gut! Genauso habe ich mir das vorgestellt! Genauso wollte ich das! Dass Emma genauso eine Hexe wird! Und dann... Schau dir dein Werk an, Emma! Das ist einfach... Das ist einfach... Oh mein Gott, das macht so viel Spaß! Hör auf zu lösen! Ich möchte, dass euer ganzes Haus abfackelt! Hört mit auf! Oh Mann, oh! Aber die Mülltonne ist schon mal hinüber! Naja, das war ein Warnschuss! Alice! Auch wenn Alice jetzt gerade nicht da ist, wer bist du denn nochmal? Wer bist du nochmal? Sag mir! Hayley, ach ja! Äh, ihr könnt es eurer Mitbewohnerin ausrichten! Don't fuck with us! Und jetzt hat sie auf jeden Fall ihre Magie ein bisschen aufgebraucht! Oh, Bella schläft auf einem Gemeinschaftsgrundstück! Was tut sie? Warum schläft sie auf der Parkbank? Ach nee, sie ist ja noch in der Bibliothek! Okay, ich würde dann sagen, dass ich den Part an dieser Stelle beende! Emma war mal wieder sehr eventreich, sagt man das so! Ich weiß es nicht! Ich fand es auf jeden Fall mega witzig! Und genau das wünsche ich mir für diese Let's Play! Genau diese Sachen! Dass wir einfach Sachen in Brand stecken! Und Bella eigentlich so die Liebe ist! Und Emma immer versucht, sie zu beschützen! Und dann... Oh mein Gott, das ist so super! Und ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Bis dann! Bis... Was? Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag! Bis dann! Ciao! Ciao!